Wie vermutlich mittlerweile jeder mitbekommen hat, ist auf das Wetter im deutschen Raum nicht mehr allzu viel Verlass. Als es denn bei diesem Dreh möglich war, wurde jede Gelegenheit genutzt, um Bilder einzufangen. Auf einige der Aufnahmen ist ein klarer Niesel zu erkennen, was die Jungs vom Lande aber nicht aufhielt, erneut in den Kampf der Ernte zu starten. Mit aller Kraft und summierter Power wurde abgeerntet, was möglich war. Auch ein besonderer Waldschlepper war am Tag des Drehs dabei. Im Übrigen, erkennt zufällig irgendeiner der etwas älter Eingesessenen, um was für ein Trecker es sich hier handelt? Wenn ja, bitte einmal in die Kommentare, um auch mich weiterzubilden. Trotz des eher kontraproduktiven Wetters wurden saubere Haufen und eine erfolgreiche Ernte abgewickelt. Untertitelung im Auftrag des ZDF bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018